Willkommen auf unserem Kanal. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um ihn zu unterstützen. Der FC Bayern könnte in seiner Kaderplanung für die nächste Saison unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany Fortschritte machen. BVB-Star Ian Marzen steht als Linksverteidiger auf Kompany's Radar. Der FC Bayern soll sich schon länger mit einer Verpflichtung von BVB-Linksverteidiger Ian Marzen beschäftigen. Mit der Ankunft von Vincent Kompany als neuem Cheftrainer könnte dieses Interesse jetzt noch konkreter werden. Kompany und Marzen arbeiteten vor zwei Spielzeiten beim FC Burnley zusammen und schafften gemeinsam den Aufstieg in die Premier League. Marzen spielte mit vier Assists und sechs Toren eine wichtige Rolle. Der 22-Jährige ist offiziell beim FC Chelsea unter Vertrag, konnte sich jedoch in London nicht durchsetzen und wurde wiederholt ausgeliehen, unter anderem zur aktuellen Saison an Borussia Dortmund und davor an FC Burnley. In seinem Vertrag mit dem FC Chelsea sind angeblich 40 Millionen Euro als Ablösesumme Festgeschriebene. Nach Bildinformationen könnte diese Klausel für Borussia Dortmund zwar zu hoch sein, sollten die Bayern aber einen Linksverteidiger benötigen, könnten sie die Summe zahlen. Der BVB lieh Ian Marzen in der Wintertransferphase aus. Dort avancierte er direkt zum Stammspieler und spielte jede Minute in der Champions League K.O.-Phase. Wettbewerbsübergreifend erzielte er drei Tore und legte zwei vor, er kann also definitiv auf europäischem Niveau eine wichtige Rolle spielen. Doch die Bayern haben immer noch Alphonso Davies im Kader. Der Kanadier spielte zwar eine unterdurchschnittliche Saison und wurde immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid ins Gespräch gebracht, doch neuerdings soll er sich auch wieder eine Verlängerung mit dem deutschen Rekordmeister vorstellen können. Knackpunkt könnte aber das Gehalt sein. Davies fordert wohl 20 Millionen Euro jährlich. Außerdem haben die Bayern wohl auch Interesse an Milan-Linksverteidiger Theo Hernandez. Sollten sich der Davies und der FC Bayern nicht einigen und sich ein Deal mit Hernandez zerschlagen, könnte also Marzen durchaus eine Alternative für hinten links werden. 50 Millionen Preisschild Transferduell zwischen Bayern und Leverkusen Brian Gruders Leistung im Abstiegskampf war für Mainz entscheidend für den Verbleib in der Liga. Auch der FC Bayern und Bayer Leverkusen sind auf ihn aufmerksam geworden. Die Bundesliga-Schwergewichte befinden sich nun in einem Transferkrieg um das Talent. Nach Bildinformationen sind auch der FC Bayern und Leverkusen an Brian Gruder interessiert. Die Bayern beobachten den Rechtsaußen von Mainz schon seit einiger Zeit und haben sogar schon einen ersten Kontakt zu dem Deutsch-Albaner aufgenommen. Während der Marktwert von Transfermarkt auf 9 Millionen Euro geschätzt wird, hat das Mainzer Vorstandsmitglied Christian Heidel einen anderen Preis errechnet. Seiner Meinung nach ist Gruder sogar fortgeschrittener als Leroy Sané im gleichen Alter. Heidel will mindestens 50 Millionen Euro für ihn haben, ähnlich dem Preis, den der FC Schalke für Sané erhielt, den er im Sommer 2016 zu Manchester City ziehen ließ. Ein Preis, den sich, zumindest in der Bundesliga, nur der FC Bayern leisten kann. Leverkusen wird im Transferpoker wohl keine Chance haben. Brian Gruder war in der vergangenen Saison eine der größten Hoffnungen der Mainzer. Der 19-Jährige trug mit vier Toren und drei Assists maßgeblich zum Klassenerhalt bei. Mit 28 Einsätzen in der Bundesliga hat er sich nicht nur für einen Spitzenverein empfohlen. Hansi Flick wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Trainer beim FC Barcelona. Die offizielle Verkündung soll bald erfolgen. Schon jetzt werden mehrere deutsche Nationalspieler und Bayern-Stars mit einem Wechsel zu Barcelona in Verbindung gebracht. Neben Joshua Kimmich soll nun auch ein anderer Bayern-Profi auf Flicks Wunschzettel stehen. Hansi Flick soll technischer Direktor des FC Barcelona werden und schon jetzt wird viel über die möglichen Wunschspieler des ehemaligen Nationaltrainers spekuliert. Es überrascht nicht, dass auf dieser Liste mehrere Profis stehen, mit denen Flick in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Laut Todo Ficayes will Flick auch Kingsley Coman nach Barcelona locken. Der 59-jährige Cheftrainer hat mit dem Franzosen während seiner Zeit beim FC Bayern sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Flick wird eine besondere Beziehung zu dem Stürmer nachgesagt, der bisher das Champions-League-Finale 2020 gewonnen hat. Flick hat den Barca-Bossen bereits mitgeteilt, dass er in Coman den idealen Ersatz für den abwanderungswilligen Rafinha sieht. Comans Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2027, aber er könnte den Verein im nächsten Sommer verlassen. Der sportliche Status des Franzosen ist in letzter Zeit immer weiter gesunken, vor allem wegen seiner extremen Verletzungsanfälligkeit. Auch Coman träumt wohl davon, München zu verlassen. Für die Katalanen wäre dieser Transfer noch zu teuer. Für den 27-Jährigen müsste eine Ablösesumme zwischen 60 und 70 Millionen gezahlt werden. Die spanische Zeitung El Nacional berichtete kürzlich, dass Kimmich der Favorit auf den Posten des neuen Barca-Trainers ist. Der 29-Jährige hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2025 und wurde in den letzten Monaten immer wieder mit Barcelona in Verbindung gebracht. Entscheidend für Kimmichs sportliche Zukunft scheinen die Pläne von Bayerns neuem Cheftrainer Vincent Kompany zu sein. Nächster Bundesliga-Klub will Wanner vom FC Bayern ausleihen Paul Wanner gilt als eines der größten Talente des FC Bayern Campus. Nach seiner Leihstation in Elversberg während der vergangenen Saison soll er auch in der kommenden Saison ein weiteres Mal verliehen werden. Interesse gibt es vor allem aus der Bundesliga. Bayern-Talent Paul Wanner war in der abgelaufenen Saison nach Elversberg verliehen und konnte dort vollends überzeugen. Nicht nur mit seinen Zahlen konnte der 18-Jährige überzeugen. Wanner nutzte seine Variabilität im offensiven Mittelfeld, um insgesamt 28 Spiele in der zweiten Bundesliga zu absolvieren, wovon er 70% in der Startelf beginnen durfte. Der junge Spieler steigerte sich körperlich in seiner defensiven Entwicklung und in der Arbeit gegen den Ball. Einige Vereine sind jetzt durch die erfolgreiche Laie auf Wanner aufmerksam geworden. Laut Sky erhielt der FC Bayern äußerst viele Anfragen für einen Deal mit ihm. Informationen der BILD zufolge soll Werder Bremen sein Interesse an Paul Wanner bekundet haben. Demnach will der Nordklub allerdings nicht nur als Trainingsstation für den Spieler dienen, ohne die Möglichkeit zu haben, ihn fest zu verpflichten. Deshalb erhofft man sich an der Weser eine Kaufoption in einem möglichen Leihvertrag mit dem gebürtigen Österreicher. Ob ein solcher Deal für den FC Bayern in Frage kommt, ist fraglich. Kingsley Coman fiel den Großteil der abgelaufenen Saison verletzt aus. Jetzt will er sich zumindest für die Europameisterschaft wieder fit melden. Aktuell ist noch fraglich, ob er tatsächlich am Turnier teilnehmen kann. Wie die BILD jetzt vermeldete, arbeitet Coman seit dem Wochenstart weiter intensiv am rechtzeitigen Comeback zur EM. Am Montagmorgen trainierte er gemeinsam mit Simon Martinello, dem Reha-Trainer des FC Bayern auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Die beiden absolvierten zusammen einige Laufeinheiten, mit und ohne Ball am Fuß. Ob Coman durch das Aufbautraining rechtzeitig fit wird, ist weiter offen. Immerhin wurde er schon vom französischen Nationaltrainer Didier Deschamps in den vorläufigen EM-Kader aufgenommen. Während der französische Flügelstürmer also weiterhin an eine Turnierteilnahme glauben kann, sieht es für einen seiner Teamkollegen deutlich schlechter aus. Rafael Guerreiro wird nicht an der Euro 2024 teilnehmen. Eine Berufung in den Kader der portugiesischen Nationalmannschaft blieb aus. Torwart Mamadashvili verrät, mein Transfer zu Bayern war fast durch. Der FC Bayern stand im Sommer 2023 kurz davor, Giorgi Mamadashvili vom FC Valencia zu verpflichten. Dies hat nun der Torhüter selbst bestätigt. Der Transfer scheiterte, weil die Münchner nicht bereit waren, die geforderte Ablösesumme zu zahlen. Schließlich wurde Daniel Peretz verpflichtet. Die Münchner waren im Sommer 2023 auf dem Transfermarkt auf der Suche nach einem Torhüter, weil unklar war, ob Manuel Neuer wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden wird. Wie Sky damals berichtet hat, traf sich der FC Bayern im letzten Sommer mit dessen Management. Aber es konnte keine Einigung mit dem georgischen Torwart erzielt werden, ebenso nicht mit seinem Verein, Valencia. Aufgrund der hohen Ablöseforderung des spanischen Klubs von 20 bis 30 Millionen Euro scheiterte der Deal. Die Münchner waren nicht bereit, so viel Geld für ein Manuel Neuer Backup zu zahlen, so Sky. Bis zum nächsten Mal.